Knappe schwarze Shorts Sie trägt zwar immer noch ihre Lieblingsfarbe schwarz, aber es ist schön zu sehen, dass Jennifer Aniston einmal ihre Style-Routine durchbricht bei der Premiere von Call Me Crazy – A Five Film. Die 44-Jährige tauschte ihr vertrautes kleines Schwarzes gegen super sexy Shorts und trug einen Pferdeschwanz. Jennifer freute sich anscheinend darauf, ihre neueste Regiearbeit zu feiern und zeigte ihre unglaublich durchtrainierten Beine, die uns Glauben machten, dass sie in einem Fitnesscenter wohnt. Das Geheimnis des ehemaligen Friends Stars ist Yoga, das praktiziert sie sogar am Set. Sie steckt auch mitten in den Vorbereitungen für die Hochzeit mit Justin Theroux, aber da zieht es sich noch. In einem Interview erzählte sie, sie brauche immer noch ein Kleid. Hoffen wir, dass das Hochzeitskleid genauso verspielt wird wie dieses Outfit.